Willkommen zurück auf meinem Kanal. Racing Point setzt ab sofort wieder auf Verhaltensregeln. Nach dem gestrigen Singapur-Start-Crash sprach Teamchef Otmar Schaffnauer ein Machtwort. Bis zum Saisonende dürfen Ocon und Perez nicht mehr frei gegeneinander fahren. In Kurve 3 wollte Ocon außen an Perez vorbeifahren, jedoch lenkte der Mexikaner leicht nach rechts ein und schob den Franzosen in die Mauer. Schaffnauer erklärte Perez, dass auf der linken Seite viel Platz war und man dem Teamkollegen genügend Raum lassen sollte. Nach dem Crash funkte Perez ans Team, dass er nicht genug Platz gehabt hätte. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich die beiden auf der Strecke berührten. Das erste Mal war es letztes Jahr in Aserbaidschan nach Kurve 2 und Monate später in Belgien auf dem Weg zur Eau Rouge. Force India reist mit 0 Punkten aus Singapur ab, obwohl sie in den Trainings und auch im Qualifying eine gute Leistung gezeigt haben. Schaffnauer hatte bereits 2017 mit einer möglichen Rennsperre gedroht, falls sie das nochmal machen sollten. Die Rennkommissare sprachen keine Strafe gegen Perez aus, weil sie der Meinung sind, dass es ein Rennunfall war. Für den Mexikaner war das Rennen spätestens nach Runde 33 vorbei. Er lieferte sich mit Sirotkin ein hartes Duell, was schließlich mit einer Berührung und einer Beschädigung am Boliden bzw. einem Reifenschaden endete sowie einer Durchfahrtsstrafe. Was haltet ihr von Force Indias Verhaltensregel? Meinungen wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.